Welcome to Rhyne and Rouse, your favorite no-bullshit-sex-podcast with Jones Bolt. Hey Chicas e Chorizos, hier ist der Jones mit einer neuen Sex-Hacking-Folge, beziehungsweise der dritten Sex-Hacking-Folge in einer Reihe. Hey, was ist da los, Jones? Nix ist da los, Jones ist einfach nur gerade auf Mallorca und hat Kack-Internet, was dafür sorgt, dass ich keine wirklichen Interviews aufnehmen kann und deshalb kriegst du einfach noch eine Sex-Hacking-Folge mehr auf die Ohren. Eine Folge, die auf einer echten Zuhörerfrage basiert, wo ich euch verschiedene Tipps und Tricks zum Thema Sex, Penetration, Sexualität, Beziehung usw. gebe. Heute habe ich übergeordnet das Thema oder die Frage von einem Mann und das Thema ist, wie kann ich beim Sex generell länger durchhalten, wie kann ich nicht so schnell zur Ejakulation kommen und ich rate aber euch, Frauen da draußen auch dazu dran zu bleiben, weil es vielleicht auch für euch ganz wichtige Informationen gibt, auch wenn es ein Männerthema ist. Ich lese euch gleich mal die Frage vor. Die kommt von Marco und Marco schreibt, Hey Jones, ich weiß, wie ein paar viele Männer haben, Probleme lange durchzuhalten. Ist wahrscheinlich ein leidiges Thema bei dir. Ich habe versucht, die Tipps im Podcast anzuwenden, um so lange ficken zu können wie du, aber es ist irgendwie so undeutlich erklärt. In der Männerfolge zum Beispiel gab es so Tipps, aber ganz genau habe ich das nicht verstanden. Okay. Wir brauchen doch wieder geile Ficker und ich will einer davon werden. Oh Jesus. Ich habe das alles nicht immer ganz verstanden, vielleicht kannst du das mal genauer erklären, wie man nicht zu schnell kommt. Wenn ich zum Beispiel Sex habe, kommt es häufig zu diesen unwillkürlichen Zusammenzucken des PC-Muskels und den bekomme ich dann nicht unter Kontrolle. Ich habe das Gefühl, wenn ich alles entspanne, dass dann auch mein Penis erschlafft. Das war auch ein Tipp von dir, dass man tiefenentspannt sein soll. Hast du dazu auch eine genaue Anleitung, wie ich mich komplett entspanne, also meinen Hintern und den PC-Muskel, oder? Wenn ich eine Erektion habe, ist quasi immer alles irgendwie angespannt, auch Anus und so weiter, bis das unwillkürliche Zucken dann kommt. Ich weiß auch nicht, ob meine Eichel dafür verantwortlich ist. Wenn die stimuliert wird, also beim Penetrieren oder Blasen, dann zuckt es relativ am PC-Muskel und meine Kontrolle ist dahin. Bevor ich zu komischen Betäubungscremes oder eben Viagra greifen muss, oh Jesus, um endlich wieder locker zu sein und geilen Sex zu haben, bist du meine letzte Rettung. Was willst du mir raten? Oh Jesus, lieber Marco. Da sind ganz schön viele Fragen in einer Mail, in einer Nachricht und ich bin nicht sicher, ob ich die alle in der Tiefe, die ich gerne erklären würde, alle covern kann, aber ich gebe mir Mühe. Was ich aus deiner Nachricht herauslese, was du so nicht geschrieben hast, aber wenn du schreibst, dass du zu Betäubungscremes oder eben Viagra greifen willst, dann lese ich aus deiner Nachricht erst einmal, dass du unsichere Erektionen hast. Das heißt, es geht gar nicht darum, länger zu ficken oder nicht zu schnell zu kommen, sondern es geht darum, dass du sehr wahrscheinlich Stress oder eine Anspannung rund um das Thema Erektion hast und du stresst dich wahrscheinlich damit, dass er lang genug oben bleibt oder dass du lang genug durchhalten kannst und wahrscheinlich ist das der Grund für deine Problematik. Ich habe drei Dinge vorbereitet. Einerseits werde ich dir drei Dinge sagen, die du wahrscheinlich nicht hören willst. Ich habe drei Gründe für frühzeitige Ejakulation und ich kann dir drei Ansätze zu ihrer Lösung nennen. Wenn du wirklich tiefer gehen willst und diese Übungen in dein Leben integrieren willst und wirklich von mir lernen willst, dann geh auf reinundraus.com. Es gibt einen neuen Sex-Hacking-Workshop, bei dem du genau solche Dinge lernst. Also, was sind die drei Dinge, die du wahrscheinlich nicht hören willst? Nummer eins, du schreibst, wir brauchen doch wieder geile Ficker und ich will einer davon sein, ich glaube nicht, dass wir geile Ficker brauchen, mein Lieber. Ich glaube, dass wir Männer brauchen, die wieder sanfter mit sich sind und die mehr in ihre Sinne kommen und dadurch ihren Körper und ihre Empfindungen besser spüren. Ich glaube, und das ist später einer der Gründe auch für frühzeitige Ejakulation, dass egal, ob du Erektionsprobleme hast oder zu früh kommst, die Ursache die gleiche ist, nämlich zu wenig Körperempfindung. Du bist zu schnell beim Point of no return, wo du schon über den Punkt drüber hinaus bist und einfach zu früh kommst. Was willst du noch nicht hören? Ich glaube, wir müssen, wir brauchen Männer, wieder mehr Männer, die die Autorität über ihr Leben in Anspruch nehmen und das ist wichtig, weil ich daraus höre, dass du so diese Idee gekauft hast, geglaubt hast, dass Männer grundsätzlich immer gute Ficker sein müssen, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit bewertet werden und ich glaube, das ist extrem schädlich und dass extrem viele Männer darunter leiden, zu glauben, dass sie immer Leistung bringen müssen, dass sie immer performen müssen, dass sie immer dieses Pferd sein müssen, das in Pornomanier die Frauen durchfickt und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, du kannst das loslassen. Wir brauchen keine besseren Ficker. Wir brauchen sanfte Männer, die ihren Körper kennen, die ihre Empfindungen spüren und die wählen können, ob sie mit einer Person gerade Sex wollen oder ob da nur eine Software abläuft in ihrem Kopf, die ihnen sagt, dass sie Sex haben sollten, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. So, das sind bestimmt Dinge, die du nicht hören willst, aber ich glaube, die sind wichtiger als alle anderen Tipps, die ich dir gleich geben werde. Was sind also drei Gründe für frühzeitige Ejakulation? Was ich aus deiner Nachricht lese und was viele Männer haben, ist ein sogenanntes, oder was ich nenne, ein Spannungsmuster, das durch Stress entsteht. Stress, wenn du dir zweifelst, ob du ihn lang genug oben haben kannst, ob du einen hoch bekommst, wie lange du ihn hoch hast, ob dein PC-Muskel wieder zuckt, dann sind das alles Dinge, die in deinem Körper Stress produzieren. Und je mehr Stress du in deinem Körper erlebst, umso weniger Körperempfindungen oder Körpergefühl hast du und umso unklarer ist dir, wo du auf dieser Skala von 0 bis 10, also 0 ist gleich Kuchen essen bei deiner Oma und 10 ist kommen, wo du wirklich auf dieser Skala deiner Erregung bist. Du kannst stundenlang Sex haben, wenn du irgendwo zwischen 5, 6, 7, 8 hin und her pendeln kannst. Wahrscheinlich ist es bei dir aber so, dass du viel zu schnell bei einer 9,5 bist, du durch den Stress das gar nicht richtig mitbekommen hast und von 9,5 nicht mehr runterbremsen kannst und deshalb einfach nur über den Point of No Return hinaus kommst und dadurch zu früh ejakulierst. Das ist auch der zweite Punkt. Du führst dich durch Stress, durch Anspannung zu schnell an den Point of No Return, wo es kein Zurück mehr gibt und gerade dieses Thema, du schreibst, du bist oft irgendwie angespannt, auch dein Anus, auch das unwillkürliche Zücken an deinem PC-Muskel, das ist muskuläre Anspannung und das ist das Ergebnis von Stress. Je mehr Muskeln du anspannst, umso weniger hast du wirklich das Gefühl für deine sexuelle Energie und wo die gerade steht im Hinblick auf das, was gerade vor deinen Augen passiert. Das heißt, sehr wahrscheinlich bist du beim Sex wesentlich mehr in deinem Kopf als bei deiner Partnerin und hast wahrscheinlich einen Monolog in deinem Kopf, wo du ständig mit dir selber schnatterst, ob du lang genug durchhältst, ob das gut genug ist, ob es schlecht ist, ob es besser sein könnte, dass du einfach gar kein Einchecken in deinem Körpergefühl hast und gar nicht mehr weißt, wo du stehst auf dieser Skala. Das dritte ist genau das, Anspannung von Muskeln. Jede Anspannung von Muskeln, besonders Anus und deine Fluchtmuskulatur, also in den Beinen, die gibt deinem Nervensystem das Signal für Gefahr, für Flucht oder für Kampf. Wenn du deinen Körper anspannst und damit den Sympathikus, also den aktivierenden Teil in deinem Körper aktivierst oder ansprichst, dann drängt der auf den Orgasmus hin. Unser Nervensystem sorgt dafür, mit der Entspannung, mit dem Parasympathikus, dass wir eine Erregung kriegen und mit dem Sympathikus, dass wir uns hochschaukeln bis zur Entladung. Und wenn du mit deiner Muskelanspannung die ganze Zeit deinem Nervensystem schon das Signal gibst für den Orgasmus, dann führt dich dein Nervensystem unmittelbar und sehr schnell zum Abspritzen, ohne dass du was dagegen tun kannst. Also alles, was du schreibst in deinem Text, lässt sich auf Anspannung, auf Stress und auf den Point of No Return zurückführen. Zu viel Stress, zu viel Anspannung, zu wenig Körperempfinden, zu wenig Kontrolle über deine Erektion und schon ist es passiert, dass du über den Punkt hinausgekommen bist. Das ist natürlich ein sehr großes Thema, sehr stark verknappt, aber das ist erstmal die Grundlage dafür, warum du eigentlich im Grunde genommen wirklich keinen Sex hast, sondern einfach nur so eine Panikshow ablieferst und dich danach wunderst, was da wieder schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich hattest du einfach gar keinen Sex, sondern du bist einfach nur mit dir in deinem Kopf die ganze Zeit Achterbahn gefahren und hast dich gewundert, warum du plötzlich abgespritzt hast. Was kann ich dir für Ansätze geben? Was sind drei Ansätze zur Lösung? Lösung Nummer eins ist wahrscheinlich auch etwas, was du erstmal nicht hören willst, weil du denkst ja immer noch, wir brauchen gute oder bessere Ficker. Wir brauchen keine besseren Ficker, glaub mir. Ist Slow Sex. Du hast geschrieben, du hast eine Freundin, und du könntest mal mit deiner Freundin Slow Sex ausmachen. Richtig langsamer Sex. Indem du ganz präsent bist, indem du übst, keine Gedanken zu haben, zu meditieren beim Sex, nur im Moment zu sein und zu erleben, was es jetzt gerade in diesem Moment erlebt. Und zu beobachten, wie du eben deinen Körper zum Beispiel anspannst und das in diese Langsamkeit mit reinnimmst und zu sagen, oh, interessant, ich spanne meine Beine an, ich spanne meinen Arsch an, ich spanne meine Brust an, ich spanne so viele Dinge an und ich mache eine Meditation daraus, absichtlich diese Punkte in dieser Meditation loszulassen. Also wirklich von diesem Skript, wie Sex zu funktionieren hat, loszulassen und nicht einfach im Pornostyle blasen, lecken, ficken, abspritzen, Sex durchzuziehen, als wäre es irgendwie ein Schauspiel, sondern bewusst zu sagen, hey Freundin, wir nehmen uns ein oder zwei Stunden Zeit und in diesen zwei Stunden passiert Sex, aber nicht als Skript, sondern als intimes Zusammentreffen von zwei Menschen, die sich gegenseitig genießen wollen. Und du kannst feststellen, dass dein sexueller Kontakt mit einer Frau im Bett wie so einer Software folgt, die dein Sex eigentlich zu keinem Sex macht, sondern zu so einem echten Trip, der irgendwie an dir vorbeizieht. Wenn du den Rahmen nimmst und mal beobachtest, wie viel Anspannung, wie viele Gedanken durch deinen Kopf rasen, wo du eigentlich nur bei einer Sache sein willst, dann fällt dir erstmal auf, wie viel Müll durch dich hindurch fließt, was dir eigentlich unmöglich macht, wirklich befriedigenden Sex zu haben. Das ist auch der Appell an ganz viele Frauen. Wenn ihr merkt, dass ein Mann mit euch im Bett ist, aber nicht wirklich da ist, wenn er die ganze Zeit in seinen Kopf flüchtet, mit sich selber schnattert, hoffentlich klappt es, hoffentlich klappt es nicht, ich bin bei 80%, aber hoffentlich geht er nicht runter, ich will gleich abspritzen, aber noch nicht jetzt. Dieses ganze Thema Präsenz ist so wichtig. Macht euren Partner darauf aufmerksam. Fragt ihm, was er jetzt gerade in seinem Körper spürt. Sagt ihm, was er tun soll, wo er euch anfassen soll, wo er langsamer machen soll. Sex passiert so oft viel zu schnell und ist dadurch gar keine wirkliche Begegnung, sondern einfach nur irgendwie ein Pferderennen gegen nichts. Macht langsamer. Gebt euch selber den Raum zu Präsenz, macht aus Sex eine Meditation und beobachtet einfach mal, welche Software in eurem Kopf ganz automatisch abgeht, die eigentlich Sex kaputt macht und nicht schöner macht. Ansatz Nummer zwei, du hast es auch schon geschrieben in deiner Nachricht, ist das Thema Plateaus üben und zwar mit und ohne PC-Muskel. Was sind Plateaus? Stell dir vor, habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt bei deiner Erektion von null ist gleich absolut keine Erektion, du denkst an tote Tiere, bis zehn Abspritzen gibt es hunderte Abstufungen. Wir könnten einfach mal zehn Abstufungen nehmen und sagen, es gibt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Von neun bis zehn ist der Point of no return. Das heißt, in dem Moment bist du noch nicht am Abspritzen, aber dein PC-Muskel zuckt, heißt, du hast den Moment oder du hast die Acht schon so weit überschritten, dass dein Körper den Ejakulationsreflex vorbereitet, bevor er dir überhaupt im Gehirn bewusst wird, dass er passiert. Das heißt, die Übung, die du tun musst, ist dir klar zu werden, wo du auf dieser Leiter von 0 bis 10 stehst, und zwar zu jedem Moment. Das kannst du tun, indem du anfängst, am besten Fall mit einer Partnerin wirklich ein Übungsfeld zu machen und zu sagen, wir machen Sex und ich beobachte meinen Penis wie er von 0 1 2 3 4 langsam steif wird, indem wir küssen, indem wir uns befummeln und dann absichtlich bei einer 4 zum Beispiel Stopp mache und warte, bis ich gefühlt wieder bei einer 3 bin, um dann weiter zu machen. Petting, Fummeln, Küssen, Brüste, haha, ein bisschen Blowjob, bis du vielleicht bei einer 5 oder bei einer 6 bist und zu sagen, okay, ich atme ein, ich bin bei einer 6, ich spanne meinen PC-Muskel an, also den Muskel, den ich benutzen würde, um meinen Urin anzuhalten, wenn ich pinkele und ich warte, bis ich gefühlt von einer 6 wieder runtergekommen bin auf eine 5. Dann kann ich weitermachen und wir lutschen uns, wir fangen vielleicht an ein bisschen zu vögeln, bis ich das Gefühl habe, oh, okay, das ist eine 7 von 10 und wir unterbrechen den 6, ich atme tief in den Bauch, ich spanne meinen PC-Muskel an und warte, bis ich wieder bei einer 6 bin und dann machen wir weiter und machen 6 und hin und her, bis ich bei einer 8 bin und atme mich zurück auf eine 7 und dann machen wir 6, bis ich bei einer 9 bin und ich atme mich zurück auf eine 8 und ich werde an diesem Tag nicht kommen. Beim nächsten Mal kannst du es wiederholen und vielleicht viel schneller zu einer 7 oder zu einer 8 kommen, aber jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, von einer 8 auf eine 9 zuzugehen, wo du bald kommen würdest, eine Pause einzulegen, tief einzuatmen, deinen PC-Muskel anzuspannen, um wieder zurück auf eine 7 oder auf eine 6 zu kommen, um wieder vorwärts zu gehen. Das ermöglicht dir, irgendwann zwischen einer 6 bis 8 immer wieder zu pendeln, eine volle Erektion zu haben, ohne über das Ziel hinaus zu ficken, ohne zu schnell zum Point of No Return zu kommen und dadurch zu ejakulieren. Das heißt, stundenlanger Sex findet statt, indem du mit einer Erregung in dir als Mann immer wieder 6, 7, 8, 8, 7, 6, 6, 7, 8, 8, 7, 6 hin und her pendelst und schneller und langsamer machst, sodass es immer in diesem Bereich bleibt. Das ist die Übung, die du tun musst. Du brauchst mehr Bewusstsein, was in deinem Körper abgeht, damit du nicht von deinem PC-Muskel, von dem ganzen Zucken und vom Ejakulationsreflex überrascht wirst. Das ist eine Übung, die kann man alleine machen, indem man masturbiert und diese Plateaus übt. Das Beste ist natürlich mit einer Partnerin, weil dein Penis tatsächlich in der Vagina dann ist und du merkst, wie du vielleicht heute noch von einer 4, also du hast einen Halbsteifen, ziehst ein Kondom drüber, steckst ihn schon mal rein, auf einen neuen hochschaukelst, sofort kommst und diese ganzen Nuancen, diese ganzen Stufen dazwischen einfach nicht gespürt hast, weil es in deinem Körper zu schnell ging, weil du zu wenig Körperempfindung hattest. Die Übung sorgt dafür, dass dein Stress im Kopf, dein Stress im Körper nachlässt, du kannst deine Anspannung von Muskeln beobachten und Stück für Stück loslassen und du kommst so über die Zeit immer besser zum Pendeln und du kannst irgendwann den Point of No Return kontrollieren, das heißt, du kannst auf eine 9,5 kommen und mit der richtigen Bremse einen Orgasmus erleben, ohne zu ejakulieren. Das braucht aber diese Plateaus und du kannst die zwei, drei Monate, einmal die Woche üben, um überhaupt in die Nähe von dieser Fähigkeit zu kommen. Der dritte Ansatz und der schließt genau daran an, ist, stell dir vor, was passiert, wenn dein Körper sich auf das Abspritzen vorbereitet. Meistens ist es so, dass du zum Beispiel bei einer 9 von 10 bist auf diesen Plateaus und wenn ein Mann kurz vorm kommen ist, dann passieren Dinge, die laufen unbewusst ab. Eine der Dinge, die auf jeden Fall passiert ist, du wirst deinen Atem anhalten, was dafür sorgt, dass du noch mehr diesen Sympathikus Reflex hast, der dich pusht zum Orgasmus, zur Ejakulation und du wirst für einen kurzen Moment deine Augen schließen. Wenn du deine Augen schließt, gehst du mehr ins Gefühl, heißt, das ist wirklich der Push, der dich über die Zone, über die Grenze in den Orgasmus katapultiert. Wenn du das Gegenteil tust, dann passiert eben das Gegenteil und du wirst wahrscheinlich nicht so sehr in den Orgasmus rauschen. Heißt, in dem Moment, wo du merkst, ich könnte vielleicht gleich kommen, es nähert sich dem Ende, machst du deine Augen bewusst auf, und zwar groß. Du kannst an die Decke zum Beispiel hochschauen. Stell dir vor, ein bisschen Missionarstellung und du hast einen Propeller an der Decke. Schau hoch, als würdest du diesen Propeller anschauen und bewege deine Augen zum Beispiel nach links und rechts. Das sorgt dafür, dass du ein bisschen mehr aus dem Körpergefühl, aus der Überstimulation im Körper rauskommst und dadurch schon mal diesen Impuls unterbrichst, die Augen zu schließen, um danach abzuspritzen. Und wenn du es dann noch schaffst, tief in den Bauch zu atmen und loszulassen und dabei die Augen oben zu haben, dann tust du genau das Gegenteil von dem, was dich über diese Grenze pusht und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du nochmal rauskommst. In dem Moment ist es auch gut, nicht weiter zu rammeln wie ein Hase, sondern auch da langsam zu machen, vielleicht anzuhalten. Denk an die Plateaus. Du willst schaffen, von einer 9,5 wieder Dich entspannst und trotzdem nicht oder gerade deshalb nicht kommen musst. Das heißt, das ist auch diese Entspannung. Du hast in der Nachricht geschrieben, ich habe das Gefühl, wenn ich alles entspanne, dass dann auch mein Penis erschlafft. Das ist ein Glaubenssatz, das stimmt nicht. Deine Erektion am Penis hat nichts, gar nichts mit deiner Muskelspannung im Körper zu tun. Eine Erektion im Penis bleibt bestehen dadurch, dass die Schwellkörper im Penis mit Blut voll gesaugt sind und die Venen, die das Blut zurück zum Herz führen, durch die Schwellkörper eingeklemmt sind. Deine Körper Anspannung, egal ob beim kleinen Zehe oder in deinem Gebiss oder wo auch immer, bringt absolut nichts für deine Erektion am Penis. Das ist ein System, was völlig unabhängig von deiner Körperspannung funktioniert. Das heißt, die Übung besteht wirklich darin, den Körper komplett zu entspannen, trotzdem zu erleben, dass eine Erektion stattfindet oder steinhart immer noch bleibt, um zu mehr Körperempfindung zu kommen, um den Stress loszulassen, von der Angst zu früh zu spät gar nicht zu kommen, um die kleinen Schritte deiner Plateaus von und am Ende durch das Pendeln zwischen den Plateaus richtig langen, tollen, entspannten Sex zu haben, bei dem du nicht die ganze Zeit im Kopf bist, sondern Präsenz übst mit deinem Partner vor dir. Als letzten Tipp, und vielleicht ist das auch ein wichtiger Tipp für die meisten Männer da draußen, geht mal wirklich davon aus, dass die Welt keine besseren Ficker braucht, sondern Männer, die sanft mit sich sind. Das heißt übrigens auch, dass euer Selbstwertgefühl unabhängig von eurer sexuellen Leistung sein sollte. Das ist ein Unding, das ist eine der Dinge, die definitiv das Patriarchat, das Leben den Männern schlecht macht, indem es uns sagt, dass wir immer hart sein müssen, dass wir nicht weinen dürfen, dass wir nicht emotional sein dürfen, dass wir immer die guten Ficker sein müssen und zu Selbstwertgefühl sollte nicht oder unabhängig von deiner sexuellen Leistung sein und wenn du das Gefühl hast, dass du dich beweisen musst, indem du der große Ficker bist, dann ist dein Arbeitsgebiet ein ganz anderes, dann hat es nichts damit zu tun, Viagra zu nehmen, um härtere Erektionen zu haben oder Betäubungscreme zu benutzen, damit du länger durchhältst, sondern es geht um dein Selbstwertgefühl und nicht um deine sexuelle Performance und sehr wahrscheinlich ist es so, dass deine Ständer, deine Erektion tatsächlich eine Aussage über dein Selbstwertgefühl ist, weil wenn das okay ist, wenn du wirklich okay mit dir bist, mit deinen Entscheidungen, wenn du wirklich Autorität über dein Leben in Anspruch nimmst und sagst, ich will gerade gar keinen Sex haben, wenn ich ehrlich bin oder ich habe richtig Lust auf Sex das zeugt von dem hohen Selbstwertgefühl und dein Penis deine Erektion folgt diesem Selbstwertgefühl wenn du wenig Selbstwertgefühl hast dann ziehst du den Schwanz ein um es mal mit der Metapher auch zu sagen und dann fallen dir auch andere Dinge schwer und dann ist es nicht dein Penis den du optimieren musst sondern dein Gehirn oder deine Selbstwahrnehmung das Bild das du über dich selbst hast das musst du dann optimieren und ich kann dir einen Tipp geben es gibt seit letzter Woche die neuen rein und raus workshops online auf www.reinundraus.com slash workshops das sind mehr als nur Sex Workshops sondern wir üben und wir trainieren und wir spielen genau in diesen Bereichen wir machen Sex sehr viel präsenter sehr viel langsamer sehr viel achtsamer und du hast in diesen Workshops die Möglichkeit wirklich vieles über dich und deine Sexualität zu lernen wie gesagt der neueste Workshop ist der Sex Hacking Workshop wo es genau um diese Techniken und Tools geht den Orgasmus von deinen Orgasmus und den Orgasmus deines Partners besser kontrollieren zu können wirkliche Sex Skills zu lernen unterschiedliche Tempo zu lernen schnell zu machen langsam Wechsel von Stellungen aber halt auch Sex ohne Penetration zu üben damit einfach Sex mehr wird als nur dieses blöde Skript das wir alle von Pornos gelernt haben wo man einfach durchficken muss bis einer abspritzt von beiden und sich dann einbildet dass das Sex gewesen wäre wer Interesse daran hat geht auf die Website guckt euch die Workshops an es sind wirklich die Workshops die so gut sind dass ich selber gerne daran und ich bin gespannt was ihr dazu zu sagen habt ich bin gespannt euch zu sehen der nächste Termin ist im März 2021 für diese Workshops check it out ansonsten ich werde mich bemühen sehr viel tiefere Folgen zu den einzelnen Ansätzen zu den einzelnen Lösungsansätzen dieser Thematik zu machen natürlich sind das die Themen die Männer beschäftigen aber auch Frauen interessieren logischerweise das war ein grober Überblick entspann dich du musst kein besserer Ficker werden sei sanft zu dir und übernimm die Autorität über dein Leben und sag was du willst und was du nicht willst entspann dich hab weniger Stress lern deine Körperempfindung kennen und pass besser auf deinen Point of No Return nicht zu schnell zu erreichen und üb dich in Slow Sex in Plateaus und in deinen Augen Bewegungen wenn es drum geht deine Erektion und deine Ejakulation zu kontrollieren that's it for today let me know lasst mich wissen ob euch diese Folge gefallen hat stellt mir eure Frage schreibt mir eine Whatsapp ihr kommt über die Telefonnummer 0176 77 922 915 direkt zu mir also schreibt mir eine Whatsapp mit eurer Frage oder schreibt mir an die hello at rein und raus Punkt kommt stellt mir eine Frage das ist alles anonym der Name ist natürlich ausgetauscht und ich bin gespannt was eure Deep Questions sind wenn euch diese Folgen gefallen und ihr wollt mehr Kontakt und auch Videos zu diesen Folgen dann unterstützt mich mit einer kleinen Spende das reichen schon 5 oder 10 Dollar geht dazu auf patreon.com slash rein und raus und schmeißt mir ein bisschen Geld über den Zaun und ansonsten hören wir wish you all the best bye bye you chose you 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 you